Jetzt sehen wir eine Chakus Light Stute, anderthalbjährig. Aus meiner eigenen Zucht, aus einer Contendro Mutter. Auch, glaube ich, eine richtig schöne Stute, super Bewegung auch wieder, super Typ. Man merkt ja sofort, die Stuten sind heute ein bisschen schüchterner wie die Hengste. Haben wir ein bisschen mehr Zeit, aber wie man sieht, wenn die anfängt zu laufen, wie es durch den Körper geht, ist schon Ausnahme. Diese werden wir auch erst mal ein bisschen züchten. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber wie man sieht, Mechanik, geht alles durch den Körper. Aber die Stuten sind doch schüchterner wie die Hengste. Die wissen, dass die so schnell nicht wiederkommen. Die lassen ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Es sind ja genug Fachleute vor dem Schirm, hoffe ich. Und für den kurzen Eindruck soll's genügen. Leicht von der Erde. Okay, abwarten, wie die Stute springt. Aber bei dem Vater, glaube ich, im letzten Jahr hatten wir drei Stück von dem Vater. Und die sprangen alle drei wirklich sehr gut. Und das war's für heute. Und das war's für heute.